Die Gamma-Spitze Das ist die eindrucksvollste Tour im gesamten Schmierental mit gigantischem Ausblick auf Olperer, Fussstein und Sargwandspitze. Der Aufstieg erfolgt von Lorles Wald bei St. Jodok am Brenner über den sogenannten Auerberg und später über das Windpichel hinauf zur Gamma-Spitze. Die Gamma-Spitze Die Gamma-Spitze Nach gut einer Stunde Aufstieg erreicht man den Kamm des Windpichels. Von wo aus sich tolle Tiefblicke ins Walsertal und hinüber ins Brennertal eröffnen. Ganz in der Ferne sieht man die hohen Dreitausender der Stuba erhalten. Die Gamma-Spitze 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach gut drei Stunden ist der unscheinbare Gipfel der Gamaspitze erreicht. Im Hintergrund sieht man nun die markante Nordkante des Fuschsteins, einer der großartigsten Klettertouren der Ostalten. Das stimmt ja. Die schaut nicht so auf die Linie. Bei der Mutter schmeckt die einfach super, weil die haut halt einfach fünf Fläste ein. Die schafft es leider nicht. Noch ein letzter Blick hinüber zur Fuschsteins Nordkante, bevor es 1200 Höhenmeter durch ein gewaltiges Kahr direkt zurück nach Auge. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.